Hey Handballinspiratorin und Inspirator, ich bin Martin und zusammen mit dir auf Handball-Weltreise. Wir schauen Igor Koprivica und seine U15 vom Asker Handballclub über die Schultern. Igor zeigt uns ein Techniktraining für den letzten Schritt beim Schlag und Sprungwurf. Dafür fordert er mit einer Bank, also einem Hindernis, die Fokussierung auf das genaue Setzen des letzten Schrittes. Igor geht dabei methodisch vor und bindet beide Füße, das Abknicken im Oberkörper und für den Sprungwurf verschiedene Abwurfmomente mit ein. Komm mit auf Handball-Weltreise und lass dich inspirieren. Okay, nå viser jeg en gang, vi skal bare bruke rotasjon og hånden, det viser jeg nå hvis dere begynner med. Så spiller passning, går tilbake igjen, vi kommer over benken her, over og her i kraft. Så er det å bruke rotasjon til å skype med. Okay, bruker håndbenner, så da varierer jeg skjøtter. Okay, ikke løfte det siste beinet, øy, det siste beinet her, skal vi ikke løfte. Skjøvind, 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 skjøvind. Okay. Skjøvind. Ja. Nei, du ser utferde, blir stående. Blir stående med vernet. Blir stående, en av de. Proporsjon og kraft. Blir stående. Ja, Skjøvind, og så passerer du. Blir stående med vernet. Blir stående med vernet. Kanske galt. Nå har vi en benk der, det er ingen grunn til å hinke. Så når dere gjør passning til meg, så må dere ikke få til sånn å hinke, og så skyte. Blir stående, men bra timing, kan det gjøre at når dere får passninger, at dere bare går over, og skyter. Okay, det blir ikke minke. Igen, da blir du strående over vekken, sånn at dere blir stående baksefot, og skal kraft til produksjonen. Okay. Bra, og så passerer du. Blir stående. 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 Og så skal vi opp i overkloppen. Nå prøve å få en tilbake med veksten når vi kommer over. Her sånn. Så kan vi vike hjemme. Vi synes ikke tilbake der. Vike med overkloppen. Det er en liten din. Og så må vi bryter den tilbake med henne der. Det er en liten din. Okay? Es ist der Schöne. Die sind dort. Kürbis! Bra. Bra. Bistoh. Bistoh-nä. Obbarm. Okay, du hast den. Bistoh-nä, das ist der. Ich schüte mit dem in den Ball. Ich schüte mit dem Ball. Placere. Ja. Pass auf den Stålen. Ja. 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 Kurde bækken. Da har vi åpnet skulteren og tilfassen. Da får vi være med langt bak, og kan overføre kraft helt langt til hvitt. Nå skal vi ta bort der, men nå skal vi legge til fart. Da betyr det at vi skal skyte i steget. Da vil vi si at vi skal skyte med samme fot foran som kasteren. Ja. Og da er det litt vanskelig å komme bak, men nå får du løpe og skyte i fart. Hørte bækken nå? Ja. Så nå skal det se sånn ut. Dort jetzt gehen wir an. Dann gehen wir bei der. So wir machen wir in den grund. Wir kommen in der Zeit. Wir kommen mit einem guten Ball, wir halten in der ferie und halten. Dann gehen wir beim English. Wir werden die ersten Ball auf der Erde. Wir halten in der Zeit. Wir werden vomımız des Baus. Wir spielen hier und gehen, wir kommen in der Ferie und halten. Also A! Ja! Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. So, stifte ballen. Und dann geht es nicht mehr. Ja, jetzt müssen wir die richtige Art. Spielen wir. Ja, das ist gut. Spielen kann gut sein. Wenn du es nicht mehr zu machen, spiel passend, nicht mehr zu laufen. Dann ist er noch nicht mehr, das darf ich nicht mehr. Spielen, dê ich vor den und schiebe sind. Das war's schon. Gut. Alright, gut. Jetzt geht es weiter und wir gucken mit den쪽en. Wir gehen mit den dogen und gehen. Wir gehen mit den. Wir gehen mit den. Wir gehen mit den mit dem, die Kuchen. Wir gehen mit den. Dann gehen wir. Ich bin ein bisschen ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Das war die 60. Ich bin ein bisschen. Hard, hard, hard. Du musst nicht stoppen. Du musst es hart. Hardt für ein bisschen. Hardt. Bra, bra. Wenn du ein bisschen, dann geht es weiter. Up. Valle, yes! Ein bisschen hochkeskapsstarten. De må schemeskapsstarten med. De går jetzt an strött med. De Deine J começou anna Bentau. EndeIGHT. Ja. Wenn du hier ein Plan mit der Seite steigst. Ja. Er du mit, Oskar? Du kannst du auf das hier. Ein H, du kannst du hier, auch. Und wenn du hier aufschlugst, dann kannst du hier aufschlugst, wenn du hier aufschlugst, wenn du hier aufschlugst, wenn du hier aufschlugst, dann kannst du hier aufschlugst. Dann kannst du hier aufschlugst. Dann klappt das nächste. whiskynding. Start litt nærmere. Så la lege Globe es aufschlugst. Scheuchas Schmann ¡Pourrás! Also kann du hier aufschlugst. Wenn du hier meres Bon Croix aufschlugst kann du hier Econom これasleittan! Dann kannst du hier ins gleiche. Dannộ億 parallel ist hier vorne. Ina genau. Der Au EK. Es Lum. und wieder wieder mit der Schüter und wir spürt und dann dass wir die illegally Schütter auf die Schütter auf die Schütter auf die Schütter auf Seh auf Moment fertig mit der Abflimation Schütter I Ja, ja. Bra. Bra. Se. Se på benken. Se på benken, nrme benken. Bra. På vei opp. Bra. På vei opp. Se på Mollag. Bra. Es ist leichter an der man hat Sass. Ikke hinke. Erasmus. Ikke hinke. Ta rundt uppe. Erasmus treffe benken omtry. Med helen. Ja. Ikke skudde. Hopp opp. Spetter. Ikke skudde opp. Du går hinke Erasmus. Hopp. 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 Jammer. Hopp. 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 Ja. Hopp. Ja. Hopp. 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 Da mister dere. Oscar. Da mister dere mye av kraften. Når dere får mer ut og slett på over. Ok. Da når dere er på vei ned igjen. Du skal ikke skytte på det høyeste nå. Du er på vei ned igjen. Skal vi? Hoppe maks. Hopp opp. Hopp. Bra. Så vente lenger. Hopp opp. Vente. Enda mer. Vente enda lenger ned. Skal vi vente enda lenger. Bra. Inn. Og igjen. Hopp. Ja. Se på målet. Bra, Oscar. Inn. Bra, Rasmus. Bra. 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 Rasmus. Rasmus. Wasne, Wasne? Ja ja. Det var阶or euer. Det var阶or. Det var det evolutionary år sorgev drivingu... Herigned er